Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WWE. Wir sind, ich weiß gar nicht, über welche Folge. Naja, egal. Auf jeden Fall, ich hab nur so ein bisschen geguckt. Bis jetzt habe ich leider noch keine Instanzgruppe gefunden. Daher habe ich gedacht, machen wir erstmal weiter mit unserer Lederverarbeitung. So, gehen wir erstmal nach Sturment, wollte ich gerade sagen. Nach Stadtrat. Gucken wir da, ob der Händler unser schweres Lederknot noch zittert, oder schweres Leder, da müssen wir gucken. So, ein bisschen lecky gerade, aber passt. So, gerade mal Usho halten. Da was gucken, nicht erschrecken. So, das habe ich. Wir müssen nach A... Ich kann diesen Namen nie aussprechen, ne? Das ist so elendig. A-Za-Shara, müssen wir. Da können wir dann nämlich unsere Spezialisierung lernen. Für Drachenlederer oder so. Und das brauchen wir dann... Oh, passt. Und das brauchen wir dann, äh, um quasi unsere Rüstung herzustellen. Ich hoffe nur, das können wir schon machen. Aber ich weiß nicht, ob man dazu quasi ganz ausgeskillt sein muss. Das weiß ich leider nicht. Aber dann. So. Gucken wir doch mal nach, ob das eine da ist. Ich wollte noch gucken, wo ich das andere Leder-Setter bekomme. Gelernt von... Okay, Lederverarbeitung macht der hier. Hupsala. Ah, ich war gerade noch... Bin gleichzeitig auf Buffett am gucken, damit wir die Rüstung zerfinden. Also, falls ich mal gegen die Wand drin oder so nicht böse sein. So, ich hätte mir natürlich auch schon vorher alles raussuchen können. Aber das war ja langweilig. Kann ja jeder. So. Gucken, weil ich will unbedingt weiterkommen. Und wie weit bin ich immer noch ein bisschen erkältet. Aber das braucht schon, denke ich mal. Ich schicke mal. Ach, verdammt. Was sind wir da? Ich glaube, das ist die Arena-Quest ja genau. Ja. Ich glaube, das gab es damals nicht. Also, auf den offiziellen Server. Genau wie die Püppchen. Die gab es auch nicht hier. So. Ah, okay. Bis 53. Ach, das meinte ich. Okay, das kriegen wir vom Lehrer gelernt. Schauen wir mal gerade, ich hatte hier so einen Guide auf. Bis 53. Wie groß waren wir denn? 336. Jetzt müssen wir Knoten-Hautleder benötigen. Dicke, dran, neiche Weste. Sollen wir erstellen dafür am besten. Dicke, dran, neiche Weste. Ach, nicht der Zufall will. Stehen wir ja gerade beim Händler. Kaufen uns 20. Plup. Gut, wir haben nicht genug Knoten-Hautleder. Das ist schlecht. Naja, sei es drum. Wir geben uns mal auf den Weg nach Atatara. Atatara, wie auch immer. Wir müssen nicht zeigen, ich zeige euch das. Nach, da. Ach, da gibt es sogar noch Quest. Äh, nach hier ungefähr, stehen auf der Karte. Komm, am besten. Dann. Ach. Überrasch. Oh, shit. Wir vermissen wir. Ich guck mal. Astronaken-Dur. Oder wir gehen auf Sturmwind. Fliegen runter nach Beute. Schippern rüber. Das wäre eine Möglichkeit. Dann ist die schnellste. Dann machen wir das so. Ich vermisse mal das Portal hier, aber das gab es ja damals auch noch nicht. Das kam auch erst mit Fever-TLK. Schub. Und was ich manchmal mache, habe ich beobachtet. Das ist meine Steuerhundtaste drücken, wenn ich nicht mit euch rede. Weil ich damals auf, äh, damals über Push-to-Talk hatte. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, wenn ich gespielt habe. Und wenn man angerufen hat. Also habe ich dann Push-to-Talk. Ich habe telefoniert. Nur die Leute, die im Test waren, dann müsste ich das mitbekommen. Meistens saß man ja dann im VW oder so. Hat ein bisschen gedaddelt. Ja, und dann passiert das schon mal. Ja, gut. So, dann geht es auch gut mit warm. Schauen wir mal eine Haltung drauf. So, wir nehmen's wenig, macht da nach Beutebucht. Das können wir nicht mit unserem Schiffchen fliegen, äh, fahren. Ja, und dann müssen wir reparieren, und dann denke ich. Dass das Inventator kaputt geht, das finde ich nicht in Ordnung. Aber das finde ich gar nicht in Ordnung. Ich kann mal gucken, ob ich das loode tanze. Intens. Ob es schonen, ob es schonen ist falsch. Und dann, äh, das dann, glaube ich, brauche ich Auto-Crafting. Lederverarbeitung. Wum, bum, 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 bum. Ach, 375, ich dachte mir sowas. Aber ich weiß nicht, ob das Fleisch voll machen könnte. Aber ich... Mit der SoC bezweifle ich das leider. Okay, das heißt, aber wir können mal ins Auktionsausgucken, wenn wir dann in Beutebucht sind. Also die Spezialisierung mit Alchemie musste ich auch als ausgeskillt haben. Lederverarbeitung. Also die Spezialisierung mit Alchemie, wenn wir dann in Beutebucht sind, wenn wir dann in Beutebucht sind. Aber die Sachen verkaufen sich hier so, äh, ziemlich nicht manchmal. Ja. Das ist leider manchmal so. Aber gut, was will man tun? Ich kann dafür nur probieren, reinsetzen, probieren, warten. Aber noch nicht viel los hier. Schwupp. 22 Menschen. Ja gut. 22. Das war furchtbar, 1.000 Nadeln. So, wenn wir mal ins Auktionsausgucken. Wie gesagt, ich denke, wir müssen erst, äh, 375 sein, vorher können wir leider nicht, äh, die Spezialisierung machen. So. Wir brauchen Knoten-Hautleder. Uh, das sieht gut aus. Ja, das sieht wirklich gut aus. Knoten-Hautleder fetzen. Ah, okay. 7 Gold. 1 ist 75. 1 ist 75. 77, okay. Wir könnten ein paar 10 einkaufen. Ich guck mal gerade, wie viel die uns vorschlagen, dass wir brauchen. Wenn jetzt mal 30 mal. Nee, das kann nicht sein. 120 mal, okay. Äh, 140, 120. Schnell mal rechnen. 140, 120, 260. Oh, ja, da müssen wir ein bisschen einkaufen. 40 haben wir. 50 haben wir. 60 haben wir. Ups, na. 80. 90. 90. Deckwall. Schick. So, 100. Was liegt an? Noch welche. Äh, Bodenfall. Ich weiß gar nicht, gibt's hier. bestimmt gibt es hier auch ja, ich meine da oben ist irgendwo eine der Fäden verkopft 6 herstellen, müssen wir grad gucken wie weit das gehen soll, bis 360 äh Körberei das ist fausch na, Körberei in der Verwaltung mh, interessant oh, was ist denn mit dir? muss ich mal 7 stück herstellen wir brauchen 360 habe ich gesagt öh, man schmau 350 bis 360 sagt er ja, ja, ja dicke, 300 äh, geschubte bis 340 okay viermal zuck 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 zaz автомобile und so kür getrockt noch eine rausgekommen das ist das ich habe auch noch ein schurken könnte das auch gefallen das müssen gleich theoretisch nach sturm wieder nach sturm wieder nach stadt zurück das ein hin und her leute ich sag euch ich weiß noch 76 doch das müssen wir nachher stellen theoretisch in reitgärte aufkriegen die reitgärte nie danach müssen wir schweres knotten rüstung set herstellen das müssen wir schweres knoten ob das rezept da ist wahrscheinlich gibt es eine option und so was teuer geld oder so schweres leder wirst du schweres knoten oder leder oder 13 gold wer macht denn sowas wir kaufen sich 9 9 es gibt schon manchmal viele menschen ja eigentlich schlaue menschen weil die nutzen das aus ich kann nicht ich jetzt sind wir nach oder haben wir jetzt noch mal gesprochen na gut ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge ich guck dass ich bis dahin dann wieder in sturmwind bin in schadrat bin vielleicht habe ich dann auch schon wieder was an erfahrung gebracht wie wir weitermachen können und vielleicht schiebe ich zwischendurch noch eine folge rein wegen der instanz oder so ich denke das ist schon mal ein gutes vorhaben bis dahin würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wünscht euch das Let's Play Owe Owe The Burning Crusade und damit bis demnächst auf Wiedersehen und lasst einen Daumen nach oben da lasst ein Abo da und teilt das Video und so weiter und auf Wiedersehen 2 3 6 5 6 8